Was ist hier los? Na, Hallöchen! Du bist gut! Gib einfach auf, Joker! Mach dich bereit zu verlieren, Joker! Du hast mich gerettet! Doch nicht! Ich brauche ein Makeover! Oh, ich mag mein Gesicht nicht! Zuerst musst du deine Akne loswerden! Du hast recht! Wie geht's? Ich werde es ausdrücken! Fertig! Jetzt ist es noch schlimmer! Ich muss was finden! Vielleicht habe ich hier was! Das muss es sein! Oh, was zum Teufel ist das? Ich brauche eine neue Beautybox! Wow, so schnell! Probieren wir es! Was haben wir denn hier? Wow! Dieses Teil sieht cool aus! Wow! Das zuerst! Yay! Und jetzt reinigen wir mein Gesicht! Oh, das Ding fühlt sich so gut an! Und fertig! Jetzt abwischen und... Es ist so rot! Schon gut! Ganz ruhig! Ich brauche nur eine Gesichtsmaske! Das sollte die Entzündung beruhigen! Ich schlafe einfach etwas! Ist es weg! Äh, schätze, das ist schon in Ordnung! Nun mal sehen! Oh, die Pickel sind weg! Äh, ich muss das rasieren! Mal sehen! Hey, vielleicht funktioniert das hier! Oh, versuchen wir dies! Einfach alles abwischen! Süße, ich sage dir, du bist umwerfend! Oh, es ist so glatt! Es hat geklappt! Ha! Jetzt die Augenbrauen! Ha! Erstaunlich! Mal sehen! Ha! Oh! Oh nein! Meine Augenbrauen! Ha! Ich muss eine Lösung finden! Komm schon! Oh, meine Maske! Niemand darf mich so sehen! Ha! Also gut! Oh, Moment mal! Ich habe eine Idee! Ich habe was ähnliches auf Instagram gesehen! Mal sehen, ob das wirklich funktioniert! Ha! Oh, stimmt! Ich kann nicht sehen! Ha! Oh! Großartig! Oh! Aber diese blöde Brille! Oh! Oh! Ich bevorzuge es ohne! Mal sehen, ob ich eine Lösung habe! Ach ja! Stimmt natürlich! Kontaktlinsen! Ja! Mal sehen! Oh! Oh! Oh nein! Das sind Squid Game Kontaktlinsen! Oh! 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 Ich muss die loswerden! Oh! Was? Ich sehe so unheimlich aus! Komm schon! Irgendwas muss da doch sein! Oh! Richtig! Gefunden! Schauen wir mal! Oh! Endlich ein paar normale Kontaktlinsen! Wow! Endlich kann ich sehen! Aber etwas fehlt noch! Ich muss mich schminken! Zum Glück habe ich eine Foundation! Und diesen süßen Schwamm! Tragen wir etwas auf! Noch etwas mehr! Ich denke, das wird reichen! Und jetzt? Klopp! Klopp! Genau wie ich es auf TikTok gesehen habe! Schön dick, damit alles bedeckt ist! Schauen wir uns das mal an! Oh! Iiii! Das ist zu viel! Bäh! 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 Diesen Influencern kann man echt nicht trauen! Ich wische es wieder ab! Ah! Wunderbar! Oh! Besser! Aber etwas fehlt! Der Lidschatten! Da muss etwas in meiner Beautybox sein! Oh! Die Farben sind so schön bunt! Ich kann mich nicht entscheiden! Also mische ich einfach alles! Ich trage sie mit einem Beautyblender auf! Damit geht es schneller! Ha! Oh! Was? Das ist ja furchtbar! Ich muss das in Ordnung bringen! Und zwar sofort! Oh! Viel besser! Gefällt mir! Moment mal! Was, wenn? Ah! Oh! Okay! Wie sieht es aus? Oh! Das ist so cool! Großartig! Oh! Was haben wir denn hier? Oh! Das ist für meine Augen, oder? Ich muss es nur anwenden! Oh! Großartig! Oh! Sie glitzern so schön! Ich mag sie sehr! Jetzt die Wimpern! Interessant! Fügen wir mehr Kleber hinzu! Oh! 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 Jetzt wird es besser haften! Oh! Oh! Ich kann meine Augen nicht öffnen! Oh! Oh! Nichts für mich! Oh! Mir gefällt es auch so! Oh! 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 Das Ding! Machen wir meine Lippen größer! Toll, jetzt muss ich nur warten Wie konnte ich nur einschlafen Gefällt mir Mehr, 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 mehr Geht nur noch etwas Lidgloss Ja, dadurch wirken sie noch größer und glänzender Ich bin so hübsch Warte, es brennt, es brennt Ich kann meine Lippen nicht bewegen Ich brauche eins, schnell Schon viel besser Was? Nein, blau? Ich muss das wieder ändern Mit rotem Lippenstift Komm schon, ich muss diese Katastrophe mit Rot kaschieren Viel besser, yay Meine Lippen sind so voll und rot Perfekt Ich muss was mit meinen Haaren machen Meine Haut spannt total und juckt auch total Schuppen? Echt jetzt? Mal sehen, was ich tun kann Oh, vielleicht wird das helfen Ich habe im Internet ein cooles Rezept gesehen Etwas Zitronensaft Dann etwas Backpulver Und jetzt ist es Zeit Für dich Yay, fertig Und jetzt? Damit bürsten wir mir die Haare Die Luft riecht irgendwie nach Eiern und das Alles für die Schönheit Fühlt sich jetzt schon viel besser an Großartig Mal sehen, ob ich noch Schuppen habe Hm, scheint alles in Ordnung zu sein Toll, endlich ist mein Haar gekämpft und gestylt Schauen wir mal Wow, ich sehe so cool aus Jetzt bin ich bereit Ich komme, Ash Ja, aha Wo ist der? Ah, du, komm her Oh, Ash Hey, du Mach mal so Hast du Lust auf ein Date? Toll Dann lass uns gehen Joker, ich habe eine Überraschung für dich Ich sehe schon Junge, Junge Happy Birthday, mein Schatz Oh, nein Ich habe dich reingelegt, was? Das war's Ich halte das nicht mehr aus Du bist verrückt Wir gehen, Mr. Duck Naa Du, bleib hier Dieses Mädchen ist verrückt Diesmal bin ich zu weit gegangen Aber, ich werde es in Ordnung bringen Ah, ha, 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 ha Makellos Schatz, es ist sauber Du kannst rauskommen Nein Du bist viel zu verrückt Ich werde von hier abhauen Oh, ich hab's Was? Tsch Ich werde dem Tim ein Makeover verpassen Wo soll ich anfangen? Oh, ich weiß Mal sehen Bingo Das wird ein Spaß Entschuldige Toll Pass gut auf Wir müssen diese gemütliche Ecke nun ja gemütlich machen Eine Liebeshöhle für uns, mein Schatz Oh, das ist perfekt Schatz Ich hab eine Überraschung Ich kann hier nicht länger bleiben Oh, er will mehr Diese Deko ist Schrott Wie alt ist das bitte? Oh, womit kann ich es ersetzen? Ich weiß Genau wo ich es gelassen habe Oh, ah, 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 ah Es, es funktioniert Etwas Farbe wäre schön Grün steht für unsere Liebe Natürlich und doch chaotisch Oh, so schön Oh, das ist ja fantastisch geworden Oh, ich liebe diese roten Details Schaut euch nur dieses Meisterwerk an Ich bin so talentiert Oh, ah, ah, ah Dieses Zimmer brennt Oh, ah, ah, ah Oh, nein Das Zimmer brennt Hm? Oh, nein Sie ist wirklich verrückt Ja, wir müssen entkommen Oh, ein Loch zu graben Ist der beste Plan Ha, machen wir uns an die Arbeit Ha, ha, ha Oh, ich hab's geschafft Ha, 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 ha Endlich kann ich vor ihr fliehen Ha, ah Freiheit, wir kommen Freiheit, endlich Das hat nicht funktioniert Es gibt kein Wasser mehr Was mach ich jetzt? Oh, da haben wir's Aber ich brauche noch mehr Oh, ich hab eine Idee Genau das, wonach ich gesucht hab Ich muss noch mehr Sachen basteln Woohoo Der perfekte Kreis Yay Hier passiert die wahre Magie Oh, bist du bereit dafür? Oh, jetzt kommt das Band Genau Na, was sagt ihr dazu? Der schönste Name der Welt Nach deinem natürlich, mein Schatz Perfekt So weit Oh, ist das schön Schatzi Ich hab uns Hocker gemacht Ich werde hier rauskommen Ha, ha, ha Oh Oh Er muss sich total freuen Ha, ha, ha Au Oh Ekelhaft Das bequemste Sofa Und Hocker aller Zeiten Ich liebe es Und natürlich unsere Liebeshöhle Ha, ha, ha Ich bin ein Genie Schatzi Joker, Baby Joker Oh, seltsam Joker Schatz Wo bist du? Oh Oh, nein Es ist wohl an der Zeit, dass ich's gehe Ha, ha, ha Wir sehen uns Es war immer weg Ja, ha, ha Ha, ha Vielen Dank.